Hallo, lieber Stier, mal gucken, was unser Kaffeesatz jetzt mal sagt. Also diese Woche bist du so ein bisschen als paunig, weißt nicht genau, was du willst, aber ganz normal, wenn es so viele Menschen ist, sorgt dafür, dass viele Menschen in deiner Gegenwart sich rumfühlen. So dein Wille und das Gefühl wirken als unterschiedliche Bedürfnisse. Du wirkst sehr anpassungsfähig, relevant, wie soll ich es am besten sagen, dass du es bei geringen Anlässen immer ärgerlich wirst. Wenn du es ein bisschen übertreibst, kann es dann halt eben ein bisschen oberflächlich ausmachen. Es wäre, glaube ich, besser, wenn du dir ein bisschen Ruhe gönnen würdest. Du gehörst eher zu den Auslegten, was das hier zu bedeuten hat. Allerdings, und halt auch sehr kulturbewusst, ne? Genau, so, also seine Stimme, ja, er gefühlt diese Woche öfter alle inneren Stimme, ich darf das sagen, dass du ein bisschen Abwechslung brauchst. So, ich würde dir empfehlen, den Tagsablauf zu unterbrechen, wenn es zu viel wird, ne? Also im Innersten bist du halt schon ein bisschen Ruhe gönnen. Ich bin ein bisschen Ruhe gönnen, der halt auch seine persönliche Freiheit sehr großen Wert legt. Deswegen bist du halt noch sehr unternehmungslustig, voller Ausdauer und engagiert. Ähm, was sehen wir hier? Genau, und dein Engagement, genau. Ähm, und ja, die harte Arbeit, werden sich in diesem Monat besonders auszahlen. Also, äh, du bist halt der Reich an Ideen, ne? Äh, du kommst eigentlich, geht voran. Allerdings kann es halt sein, dass du ein Ziel über dein Ziel hinausschießt, ja? Es kann halt passieren, äh, dass du halt, äh, du viele Dinge versprichst und die Leute in deinem Leben auch viel erwarten, ja? Die kann man halt dann auch nicht einhalten, ja? Also dein Energie, deswegen würde ich so bei der, auf der Suche nach Anerkennung so ein bisschen mäßig empfehlen. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal.